titus würde sich dann in diesem moment auch so vor die stirn klatschen und sagen ihr gehört von großer kampf großer kampf zwischen und ich würde mal hinter uns zeigen also in richtung rom und dann nach vorne in richtung germanen lande du siehst wie sich jetzt seine mine wirklich verfinstert also blickt ich seine seine augenbrauen rutschen zusammen und er sieht richtig so wie so nett er eben war von vornherein so bösartig blickt er dich jetzt an kruska land hat sich verändert wir gehört viele viele hier und dann würde er so ein zeichen würde er einmal mit seinem daumen über seinen hals gehen viele viele tod und noch schlimmer als tod was meinen schlimmer nicht ich sage nicht beschwören nicht drüber reden nicht beschwören sie haben wohl von davon gehört was passiert ist und was mit den gefallenen und gefangenen passiert ist wohl nicht schön weiß nicht warum ich gefragt kern nun aus kämpft gegen große mutter wir auf seite von kern nun aus wir gehen über fluss wir gehen ein fruchtbares gebiet wir bleiben hier kruska land hat sich verändert viele krieger wie gesehen auf weg hier ich würde auf die ja wieder in richtung ermahnen alle zeigen nein 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 der weg scheint relativ frei zu sein los noch fluss oder kaputt fluss hat genommen wir haben geopfert den kern nun aus wir haben ihr fluss entweder selber versenkt geopfert oder der fluss hat fressen eins von den dreien hat er gesagt soll ich sonst noch irgendwas fragen juniors du kannst schon relativ naja brocken germanisch das was titus da jetzt gerade spricht ist über die maßen viel das erstaunt dich ein bisschen dafür dass er süd gallia ist vielleicht solltet ihr sie noch vorwarten dass sie steuern zahlen müssen nicht dass es dazu missverständnissen gibt wenn die armee kommt und das eintreiben will vielleicht nicht zu unserem problem machen das ist ein problem des römischen reiches aber das können wir jetzt hier nicht umsetzen ich denke da hat ein zwei banner legionäre mehr gelegenheit mehr druck autorität aber da habt ihr vielleicht auch wieder recht ja felix verträgt der mann dem hier befreien muss müssen der ist mehr wert als diese 100 germanen hier vielleicht wissen sie mehr bei unseren auftrag so wie ich das verstanden habe haben sie selber an der schlacht nicht teilgenommen und sind in irgendeinem konflikt mit diesen leuten aber frage ich glaube deswegen sind sie über den fluss aber fragt mich nicht warum die im konflikt sind das kann alles sein von die mögen sich nicht bis zu ja titus wenn du meinst ist angemessen dann kannst du vielleicht fragen ob ob sie etwas über schicksal der geiseln wissen grausam so wie er sagt möchtest er meint irgendwas von nicht 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 sagen sonst sonst herbeirufen beschwören vermute ich vermute es ist das so passiert was wir alle schon gedacht haben was passieren wird sie sind wohl alle ihr wisst was passiert ist nämlich ja wenn unser ziel nicht mehr lebt bräuchten wir immer noch die leiche als unsere mission wäre schon gut zu wissen ob er irgendwo gekreuzigt am wege so anhängt und wie abnehmen können oder ob er irgendwo vergraben wurde oder in den fluss geworfen wurde lassen mich kurz überlegen das wird nicht so ein einfacher satz glaubt ihr man konnte unseren unser ziel irgendwie erkennen er wird besondere rüstung getragen haben richtig davon wissen diese germanien nichts das glaube ich auch nicht ich denke es bringe wohl auch nichts nach unserem informanten zu fragen oder meint er vielleicht schon wie hieß der noch mal adalwin von ossenberg weiß ich ob ossenberg ein ort ist oder weiß ich wo das ist vielleicht das ist ein ort relativ nah an der grenze aber ist das im germanenland oder dass das sind unten auf unserer seite das ist germanisches gebiet ja der ist der der spion ist auch ein germane der adalwin wir gehen ossenberg gute idee schlechte idee also seine mine wird noch finsterer nein nein das böses land von großer mutter nicht gehen nach ossenberg oder kalkrise wir gerade deswegen da weg je näher ihr hingeht zu teuteburg desto schlimmer ist große mutter viel blut viel opfer viel stark für dieses große mutter irgendwann mal übersetzt sodass da wo das auch ab aufgreifen kann ich vermute er spricht über das wort das er verwendet hat meine mutter mir früher auch mal über ihren namen genannt ist sie aber es macht es macht keinen sinn er spricht über eine große erwachsene frau eine mutter irgendwie sowas aber mehr als würde er über ein gott oder ein halb wird irgendwie sowas sprechen sein große mutter böse böse geist große mutter feind von kern nunos sie beide für große mutter feind von kern nunos beide fruchtbarkeit er hämmert auf den schild den er david gegeben hat wo der hirsch zu sehen ist kern nunos ich nehme an euer schild hat irgendwas mit kern nunos zu tun also er wird auf er hält es für eine schlechte idee dahin zu gehen wo wir hingehen wo ich eben nicht so recht geben möchte ich glaube es ist eine schlechte idee hinzugehen wo wir hingehen aber wir haben ja keine wahl oder eine leider immer noch eine bessere idee als am kreuz zu enden ja vielleicht ihr dürft alle mal auf verborgenes erkennen würfeln wow gerade so ähm ja das passt sowohl davut erkennt es als auch zain einige von den germanen tragen das gleiche schutz amulett wie titus vor allem weil ihr es erst vor ein paar tagen erst in seinen händen gesehen hat hat als ihr da am lagerfeuer in dieser windschiefen hütte saßt das hatte sowieso schon seit längerer zeit aber jetzt vor kurzem hat das erst wieder herausgeholt und auch sie tragen allesamt die gleichen schutzgelüfen jetzt schaue ich mal neugierig auf den schild den er gerade gekriegt hat ob da das vielleicht auch drauf ist da ist es nicht leicht tun es ist nicht also der schild ist tatsächlich aber nur so ein weißer hirsch mit weiteren vielen rötlichen oder grünen farben und weißer hirsch in der mitte der einfach nur hin und her springt aber das schutzgelüfen kannst du bei doch vor allem auch der frau von von diesem germanen erkennen die er wohl adgut genannt hatte der bernhard selbst trägt wohl keins aber der ein oder andere viele frauen die diese schutzgelüfen tragen dann würde ich mir auf einen der schutzgelüfen zeigen und sagen frage ihn doch bitte einmal was was diese blüfe dort bedeutet sieht kurz nervös aus und liegt dann aber und zeigt seine frau und dann auf die kette um ihren hals was bedeuten schutz uns vor was vor etwas bestimmten böse geister schutz böse geister das trägt sein amulett übrigens auch nicht offen wenn sie das gerade in dem moment vergleich hochroten kopf wirst du trotzdem sicherlich haben weil hier gerade eine ganze menge von deiner hintergrundgeschichte kaputt gemacht wird soll ich sonst noch was fragen ich glaube es wird der letzte gemahne sein den wir noch so freundlich begegnen ja mal und junus greift zu zu einem weinschlauch frag mal ob er das hier gegen das da tauschen mag und ich zeige auf den schlauch mit der vergorenen milch ich würde ihm einmal diesen schlauch reichen er tauschen gegen deinen er greift zu dem schlauch hebt ihn einmal mit einem grinsen entkorkt ihn einmal nimmt einen schluck kannst sehen wir so ein bisschen gurgelt mit dem wein was ein und ding ist schluck dann runter verkorkt ihn wieder gibt ihn dir mit einem großen lachen dass kinder das für kinder du kannst behalten all beide du großer mann du musst haben alkohol dein wein für kinder aber du darfst den anderen behalten ja vielleicht noch fragen was für handels was für importierte und importierte handelswaren bei ihm wo er lebte sehr beliebt waren dass sie stahl oder tüpfereien wenn wir weglaufen vor böse geist und wir landen bei weg über fluss in kruska land was wir da können gut verkaufen bei echte kruska hühner rinder pferde sägen tiere er spricht über verschiedene tiere titos er klopft ihr wieder mit seiner pranke auf die schulter singst du ein bisschen in die knie ein macht sich dann wieder straff wenn man ein bisschen legionär titos wir müssen aufschlagen unser lager du kannst bleiben hier oder ziehen weiter wir wünschen dir fruchtbarkeit danke für hilfe viel glück lacht noch einmal lässt sich noch einen dritten schlauch reichen die anderen beiden habt ihr noch bekommen einmal titos einmal junius junius und damit verschwindet er selber wohl im wald und hilft dann wohl beim abspannen der der zeltplan beziehungsweise sind zusammengenähte feldstücke die dann da sowas wie ein zelt improvisieren damit sie dann in den ersten paar tagen wohl im wald nächtigen bis sie dann nach und nach holz fällen und dann sowas wie gebäude zu bauen die waren überraschend nett diese germanen sind gar nicht so ein furchteinfluss wenn sie nicht schreiben mit einer achse auf ein zu rennen content setzen uns in bewegung ich denke sie wollten sich mit uns gutig tun und vielleicht sollten wir das auch würdigen wenn wir die nächste stadt erreichen und kundtun dass sie hier siedeln werden ein guter vorschlag um schließe ich mich an so könnt ihr weiter ziehen weiter nach norden ihr zieht weitere drei tage bis ihr dann den ersten weg stein erkennen könnt der auch opidium ubiorum in weiteren wenigen tagen auch ankündigt angekündigt war sowieso aber dieses mal auch mit einer mit einem weg mit den meilen versehen so dass es also auch gar nicht mehr so weit ist sicherlich noch drei vier tage ihr dann mit den pferden unterwegs sein müsst aber dieses mal muss es wohl noch ein kleiner handelsposten sein eine richtige taverne ist das nicht könnt ihr damit im stall so ein bisschen unterziehen so geschützt mit stroh wo ihr dann auch an der kochstelle euch wieder einmal milch mit dem guten korn machen könnte und wieder ein bisschen honig dazu setzen ja und so zieht ihr euch dann in dieser kleinen unterbringung ja vor allem auch jetzt römischer bauart unter ja so dass ihr dann hier nächtigen könnt dem abend würde junius einmal titus vorbeigehen auf die schulter klopfen noch so ein auftritt und wir sollten dich titus germanicus nennen na schlacht das amulett von jemanden abgenommen von dem toten meine mutter hat es mir eins geschenkt sicher ja also der riese hat ja wirklich einen an dir gefressen der mochte dich glaube ich ja ich bin mir aber nicht sicher ob sie uns wirklich mögen oder ob sie nur unser land wollen oder dich sie werden das land wollen aber sie werden auch den frieden roms wollen die scheinen ja für irgendwas geflohen zu sein aber er scheint auch vor irgendwas angst zu haben und es sagt viel aus dass sie sich hinter rom stellen hat hinter ihre eigenen germanen na ich glaube sie haben noch gar nicht verstanden dass sie jetzt steuern zahlen müssen die werden noch in der realität ankommen ich werde sie das wissen sie werden doch mit den anderen germanen reden doch kein geheimnis aber sie werden sich was für ihre güter kaufen sicherheit in schutz rom ja vor allem wenn es da drüben noch wilder und blutiger zugeht aber was passiert ist nachdem wir weg sind wahrscheinlich scharmützel untereinander über die den macht vakuum was kann in deren land passiert sein wir werden es herausfinden wir sind von so vielen barbaren angriffen worden dass sich sehr viele stämme zusammengeschlossen haben müssen vielleicht wollten sie bei diesem zusammenschluss nicht mit machen weil sie an war gegen rum zu kämpfen und jetzt sind sie außenseiter und und davon der augen vertrieben nach erfolgreicher schlacht vielleicht so etwas irgendwie auch von einer großen mutter erzählt vielleicht ist es eine anführerin eine frau ich habe gehört die germanen haben auch frauen in ihren reihen die kämpfen warum soll nicht eine auch eine anführerin sein vielleicht ist es eine priesterin oder ein orakel oder eine schamanin die sie anführt und die autorität hat ja sowas bin gespannt die ganzen geschichten die e-mail erzählt habt und jetzt noch dazu kommen tut mir leid dass ich damals nicht dabei war was nichts verpasst naja wohl schon hatte keine sorgen dass hier wird noch übel genug werden ja mit diesen worten könnt ihr euch in das warme stroh legen ihr habt es fast geschafft ob das also das gutes ist zumindest habt ihr den rhein erreicht die erste wichtige strecke auf eurer reise und dann das übersetzen in feindes land obwohl selbst jetzt germanen voreinander weglaufen weil es noch schlimmer geworden ist diese gedanken geistern um euch herum als ihr einschlaft alle nur doch trotz des warmen strohs ziemlich schlecht felix du kommst wieder zum bewusstsein ob du aufwachst versuchst sich zu erheben merkst wohl wie die dich die beine nicht ganz stützen wollen du hast unglaubliche schmerzen dein bauch tut weh dann arm pocht und als du dich umblickst du kannst kaum den kopf bewegen da spürst du wie es dröhnt um dich herum du kannst nicht gut sehen oder um dich herum ist dieser dieser nebel und dieser match du liegst du liegst im match diese schmerzen in deiner brust du blickst kurz einmal lebst dein kinder ein bisschen und siehst diese große dieses großen großen roten fleck in deiner in deiner rüstung und versuchst aufzustehen dich zu bewegen deine beine du kannst sie immer noch nicht bewegen und als versuchst dich aufzustützen mit deinem arm siehst du dass du gar kein arm mehr hast was was ist passiert ich kann mich nicht erinnern du bekommst plötzlich ein stoß gegen deine beine auch wenn du sie selber nicht bewegen kannst du spüren tust du sie wohl noch irgendjemand klatscht da wohl vor dir in den match rappelt sich wieder auf es ist ein römer in voller rüstung obwohl irgendwie sein sein pilum gerade aus einer der leichen gezogen ist dann rückwärts gefallen steht wieder auf guckt kurz zu dir schüttelt bedauerlich mit dem kopf tut mir leid felix dann verschwindet er wieder am nebel du bist wieder allein du hast nur noch diesen krach stahl und stahl stahl und holz alles um dich herum dröhnt und du hast die schreie sterbende um dich herum jupiter will mir denn niemand helfen ich brauche hilfe meine letzte stunde hier und jetzt nicht nicht mal wissend auf welchem schlachtfeld ich liege du merkst du merkst du dann an einem kleinen hügel in dieser kuppe merckst du wie so riesiger strohballen brennend den den hang runterrollt und während er nicht nur 2 3 legionäre trifft die dort in diesem feuer kurz zu sehen sind die dann selber anfangen zu brennen Du kannst auch sehen, wie weitere Bäume und Büsche anfangen zu brennen. Er rollt weiter runter, 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 zerbricht dann und du siehst, wie dort ein großer Karren mit römischem Gut ebenso in Flammen aufgeht. Irgendwie, ja, große Amphoren werden erfasst vom Feuer. Du hast wie Ton splittert und dann explodiert der gesamte Wagen gemeinsam mit dem brennenden Stroh. Du hast überall Panik, da sind überall diese Schreie. Du siehst, wie zwei, drei germanische Schuhe und Hosen an dir vorbeilaufen. Wie sie lachen, kehrig, brüllend und dann kannst du sehen, wie hinter einem der Bäume Zain auftaucht. Zain, hier drüben, hilf mir, Bruder. Ja, ach, bei Isis so viel Blut. Es ist, es ist so spät, Zain. Ich spüle das Blut in meinen Lungen. Nein, 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 alles wird gut, alles wird gut. Die Münzen, Zain. Die Münzen. Ich, ich muss den, ich muss den Fährmann bezahlen. Denk an die Münzen. Die Silbermünzen. Nein, 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 stirb mir hier nicht weg. Wir kriegen das wieder hin. Wo ist denn dein Arm? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab nur noch einen Arm. Nein. Ich, ich werde deinen Arm suchen. Ich, bleib bei mir, stirb mir hier nicht weg. Ich, ich, ich bin gleich wieder da. Nein. Ich werde den Frieren am finden. Du siehst, wie er wieder im Nebel verschwindet. Und du wieder alleine dort liegst. Um dich herum tropft es. Der Nebel um dich herum ist leicht rötlich schon geworden. Du kriegst das ganze Blut, dieses ganze Blut, was sich in der Luft angesammelt hat, wie es nach Kupfer und Eisen schmeckt, auf deiner Zunge. Und dann kannst du es hören, wie es irgendwo dort hinten im Nebel, irgendwas wird dort gesägt. Ein, ein Reißen, ein Kratschen, ein Brechen von Knochen. Und dann kannst du sehen, wie der kleine Medikus wieder auf dich zuläuft. Er hat einen Arm in der Hand. Hier, ich, ich, ich habe, ich habe deinen Arm gefunden. Warte, ich werde dich um dich kümmern. Das wird dir gleich besser gehen. Er ist riesig groß. Mein Arm, was willst du denn mit meinem Arm? Der Arm ist riesig groß. Er ist viel zu hell und tätowiert an Stellen, die du nicht, tätowiert hast, lassen. Irgendwelche germanischen Runen, die du darauf erkennen kannst. Aber bei Jupiter, Sain, das, das ist nicht mein Arm. Doch, doch, du, wir kriegen das wieder hin. Alles wird gut, alles wird gut. Was, was willst du denn damit tun? Sain, ich blute, ich blute, ich verblute. Lass doch den Arm. Vertrau mir, ich habe eine Idee, vertrau mir. Felix, dir wird kalt. Du blickst nochmal nach unten, während Sain irgendwie an deinem Arm herumrupft. Du merkst wohl, wie er irgendwie in die richtige Position liegt. Warum auch immer, das ist nicht dein Arm, aber er rupft an dir rum. Und währenddessen siehst du, wie weiteres Blut aus deinem Bauch aussickert. Und dir wird kälter und kälter. Und das Blickfeld von dir wird schwächer. Oder du kannst ihn auch hören, wie er da wohl irgendwas murmelt oder singt. Irgendwelche ägyptischen, ägyptischen, äh, Isis. Er ruft seine Götter an. Denk an die Münzen, Sain. Das letzte, was du hören kannst, ist Tod, Amon. Tod, Amon. Tod, Amon. Und dann erwachst du im Stroh neben dieser kleinen Taverne am Rand in Gallien. Es sind nur noch ein paar Tage nach Opedium Ubiorem. Du erwachst, schweißgebadet. Das war nur ein Traum. Du blickst an deinem Bauch herunter. Klar, natürlich, da sind überall Narben. Du kannst Löcher erkennen von Einstichen und Schnitten. Und du blickst auch an dir herunter. Ja, du siehst diese kräftigen Arme, die an dir kleben. Und die große Narbe. Aber das ist dein Arm.